Es folgt unser Ausflugstipp der Verkehrsgesellschaft Meißen, kurz VGM. Auch diesmal möchten wir nicht in die Ferne schweifen, sondern es soll heute ein Weihnachtsmarkt in der unmittelbaren Umgebung von Korswig besucht werden. Die Region erfahren kann man ganz bequem mit den Bussen der VGM und das auch in der Adventszeit. Im Landkreis Meißen laden zahlreiche Weihnachtsmärkte zu einem Besuch ein. Die meisten erreichen Sie bequem mit den Bussen der VGM und können dann dort auch Glühwein kosten, mitunter direkt von den sächsischen Winzern. Erfahren Sie so zum Beispiel Meißen vom 26. November bis zum 24. Dezember in weihnachtlichem Flair. Lauschen Sie wissenswertem zu den historischen Sehenswürdigkeiten der über 1000-jährigen Stadt und genießen Sie einen Adventstag mit weihnachtlichen Köstlichkeiten. Anschließend können Sie den Tag mit einem gemütlichen Bummel über den Weihnachtsmarkt mit dem Adventskalender am Rathaus ausklingen lassen. Sämtliche Infos finden Sie im Internet unter der eingeblendeten Adresse oder in gedruckter Form im Bürgerbüro des Korswiger Rathauses. Ist Ihr Interesse geweckt worden? Na dann besuchen Sie doch in diesem Jahr einmal den Weihnachtsmarkt im historischen Meißen vom 26. November bis zum 24. Dezember fast vor der Haustür von Korswig und das mit einem Bus der VGM.